Hallo, ich heiße Remmer Nande und komme aus Buenavista. Das liegt in der Nähe von Garachico. Ich bin hier in Buenavista geboren und aufgewachsen. Als Kind habe ich mit meinen Freundinnen gespielt. Ich wollte Polizistin werden, aber das war nicht möglich. 1983 hat mein Bruder in La Gomera eine Stelle gefunden und ich bin allein bei meiner Mutter aufgewachsen. Ich habe in Buenavista die Prima Schule besucht, aber ich bin nicht gern in die Schule gegangen. Ich habe mit 21 eine Läge als Krankenschwester gemacht. Und nach der Läge habe ich gearbeitet und Geld verdient. Das war für mich sehr wichtig. Mit 25 habe ich meinen Mann kennengelernt. 8 Jahre später stolz er. Das war nicht leid für mich, aber ich bin glücklich, weil ich eine Tochter habe. Alexia ist 9 Jahre alt. Seit 2 Jahren kenne ich meinen neuen Partner. Heute leben wir hier. Ich bin nicht Polizistin geworden, aber ich bin glücklich mit meiner Tochter, meinem Mann und meiner Arbeit. Ich liebe mein Leben und mein Traum ist es, mit Ihnen in Urland zu fahren. Das ist alles.